Ja, in diesem Video möchte ich dir meinen neuen KI-Assistenten vorstellen und zwar Voiler. Das ist eine Browser-Erweiterung mit künstlicher Intelligenz. Genauer gesagt mit der GPT-Technologie von OpenAI und sogar mit GPT-4. Da es sich um eine Browser-Erweiterung handelt, kannst du Voiler eben ja bei allen browserbasierten Anwendungen nutzen. Also egal, ob du jetzt in Google Docs, in WordPress, in Facebook oder sonst wo bist, alles was im Browser läuft, überall da kannst du Voiler nahtlos einsetzen. Und dieses Tool nutze ich jetzt seit ein paar Wochen und es hat mir schon einige Stunden an Zeit gespart. Ja, ich werde dir Voiler jetzt gleich direkt demonstrieren, gleich zeigen, was dieses Tool so genial macht. Ganz schnell nur, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um künstliche Intelligenz, aber auch im Online-Business, WordPress und vor allem auch Suchmaschinenoptimierung. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Okay, zurück zum Tool Voiler. Ja, ich bin hier auf der Voiler-Webseite. Hier steht schon Your Personal AI Assistance for Supercharged Productivity. Und wenn ich jetzt nicht Englisch könnte, dann könnte ich mit einem Shortcut Voiler starten. Und weil ich den Text ja maskiert habe, hat er den jetzt schon als Kontext. Und ich schreibe da jetzt nur rein Deutsch und dann übersetzt er mir das schon auf Deutsch. Ihr persönlicher KI-Assistent für gesteigerte Produktivität. Und ja, das trifft es ganz gut. Was ist Voiler? Wie gesagt, wie eine Browser-Erweiterung. Das heißt, Voiler kannst du immer starten, wenn du es benötigst, solange du dich im Browser befindest. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wie ich es gezeigt habe, einen Text markieren und dann Voiler starten. Dann hat er das eben schon. Oder ich muss auch keinen Text markieren und kann Voiler starten und kann das dann nutzen, kann da irgendwas eingeben. Ich kann Ihnen eine Frage stellen. Ich kann das nutzen wie ein Chat, also wie ChatGPT. Es ist ja eben, wie gesagt, die gleiche KI-Technologie dahinter, die GPT-Technologie von OpenAI. Aber ich habe eben zusätzlich zur kostenlosen Version von ChatGPT die Möglichkeit, hier auf GPT-4 umzustellen oder Automatik. Dann nimmt er eben automatisch das AI-Model, was er glaubt, das am besten passt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, was sind die zehn höchsten Berge der Welt? Nur mal kurz zur Demonstration. Dann schreibt er mir das und ich könnte dann da weiter replizieren darauf. Er könnte einfach eine Konversation führen. Ja, und das ebenso nutzen wie ChatGPT. Ich kann damit auch zum Beispiel eine Tabelle erstellen, vergleiche WordPress.com mit WordPress.org. Mach eine Tabelle und dann erstellt er mir gleich eine formatierte Tabelle, die ich dann einfach kopieren und einfügen kann. Nur mal kurz zum Funktionsprinzip. Und eine Sache, die eben cool ist, ist, dass Voiler eben auch den Webseiten-Content sozusagen eben lesen kann. Und in Voiler selber, also ich mache es jetzt nochmal zu, ich starte es jetzt nochmal neu mit einem Shortcut. Dann kannst du dir auch selber wählen. Zusätzlich sind in Voiler eben auch ganz diverse Assistenten eben integriert. Also zum Beispiel hier Brainstorming, Writing, Summarizer, ja Marketing, wenn man da draufklickt, dann Content-Marketing-Strategie, Marketingplan und so weiter. Also es sind ganz viele KI-Assistenten integriert, wobei ich die gar nicht so sehr nutze, sondern ich nutze mehr die freie Eingabe. Und es gibt zwei Dinge, wie du Voiler eigentlich gut nutzen kannst. Erstmals, um ja Inhalte zu produzieren oder vor allem zu verbessern. Ich werde dir auch gleich konkrete, ja konkretes Einsatzgebiet zeigen. Und zweitens, um dir zum Beispiel Inhalte schnell zusammenfassen zu lassen. Vielleicht starten wir mit diesem Beispiel. Ich gehe jetzt hier mal auf meinen Blog. Ich verlinke dir auch gerne meinen Blog. Hier gibt es immer wieder Themen rund um KI, aber auch WordPress, Traffic-Aufbau und so weiter. Und ich nehme da jetzt mal irgendeinen Beitrag von mir. Zum Beispiel starke KI-Tools, die ich nutze. Da habe ich mittlerweile Voiler hinzugefügt. Da ist tatsächlich ein Tool, das ich täglich nutze. Und ich könnte jetzt Voiler mit einem von mir festgelegten Shortcut starten. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ich habe mir hier als Favorit abgelegt, Summarize. Und wenn ich hier jetzt einfach nichts mache, sondern nur Enter drücke, was er dann macht, ist, dass er mir diesen Beitrag zusammenfasst. Und das Coole ist, während Voiler hier arbeitet, kann ich auch weiter auf meiner Webseite arbeiten. Ich kann mir das Fenster verschieben. Ich kann mir das Fenster auch größer oder kleiner machen. Und wir können ja mal vergleichen. Ich mache es vielleicht ein bisschen größer, dass man es im Video besser sehen kann. Wir können ja mal vergleichen, was Voiler hier schreibt. Also das ist eine Sammlung an KI-Tools, ein Listenpost. Ich habe gestartet mit ChatGPT. Voiler hat mir das zusammengefasst. Hier als erstes gehe ich auf ChatGPT ein. Dann gehe ich auf Voiler ein. Genau, dann gehe ich auf Supermaschine ein. Also man sieht, Voiler hat den Beitrag sozusagen für mich gelesen und hat ihn für mich zusammengefasst. Und er kennt jetzt natürlich auch den Kontext. Ich habe ja bei den Tools immer dazu geschrieben, was die kosten. Zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Cuttab. Wenn ich jetzt irgendeine Informationen habe, ich habe da vielleicht eine Website mit ganz vielen Informationen, ich habe keine Lust, dass ich mir jetzt direkt raussuche, wo ich diese Informationen finde, dann kann ich Voiler einfach fragen. Jetzt habe ich das Fenster versehentlich geschlossen. Ich mache es jetzt nochmal. Genau, den Summarizer, den lassen wir jetzt. Ich frage einfach nur, wie viel kostet Cuttab? Fragezeichen. Cuttab kostet 15 US-Dollar und es gibt auch einen Lifetime-Deal auf AppSumo. Kann ich dir übrigens empfehlen, Cuttab ist ein extremst genialer KI-Text-Generator. Testbericht auf meinem Blog und ein Testvideo wird in Kürze folgen. Ja, also man sieht halt, natürlich, ich sehe hier jetzt die Informationen. Ich müsste das nicht fragen, wenn es direkt vor meinen Augen ist. Aber stell dir mal vor, ich hätte da einen Blog-Content, ja, einen langen Blog-Beitrag oder sonst ein langes Dokument online, eine Website mit vielen Informationen. Informationen und ich möchte da jetzt nicht alles durchlesen. Ich möchte einfach nur schnell schauen. Dann kann ich Voiler, weil er das jetzt alles gelesen hat, einfach fragen. Ich frage ihn jetzt was anderes, zum Beispiel, wie viel kostet NeuronWriter? Das kommt hier als nächstes. Kostet NeuronWriter. Und dann, wie gesagt, dann gibt er mir die Informationen raus. Und das jetzt nicht falsch verstehen, ist nur, also was heißt nur, aber er basiert auf der GPT-Technologie von OpenAI und hat keinen Live-Internet-Zugriff. Aber er hat Zugriff immer auf den Content von der jeweiligen Seite, die du geöffnet hast. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer anderen Seite wäre, zum Beispiel hier, wo ich über den KI-Bildgenerator Artsmart berichtet habe, wenn ich da jetzt auf dieser Seite bin und ich würde ihm jetzt, Summarizer lassen wir wieder, ich würde ihn jetzt fragen, wie viel kostet Cut-App? Dann kann er mal das nicht beantworten, weil Voiler hat eben keinen Live-Internet-Zugriff. Aber wenn ich ihn jetzt frage, wie viel kostet Artsmart? Dann kann er mal das natürlich beantworten und sogar ziemlich genau. Artsmart, die Preise davon hängen ab, je nachdem welches Paket. Das Basispaket kostet 19 US-Dollar, 17 Euro circa, beinhaltet 1000 Bildgenerierungen. Also da bekomme ich voll die detaillierte Antwort. Warum? Weil er die Informationen sich hier aus dem Beitrag rausholt. Also wie gesagt, das mal nur zur Klarstellung. Es gibt keinen Live-Internet-Daten-Zugriff, aber er hat eben Zugriff auf den Text-Content der geöffneten Seite. Und das ist schon mal ziemlich genial. Das heißt, wie gesagt, wir haben hier zwei Einsatzgebiete für Voiler, um es mal grob zu sagen. Erstens mal Text generieren und zweitens auch mal schnell Informationen herauszusuchen, Dinge zusammenzufassen. Und wo du das nutzen kannst, ich gehe jetzt mal auf dieses Text generieren auch nochmal ein. Wie gesagt, du hast jetzt bei der Textgenerierung keine großen Vorteile zu JetGPT. Naja, du hast schon Vorteile zur kostenlosen Version, weil du in Voiler eben umschalten kannst auf GPT-4. Das ist das Sprachmodell, das du in der kostenlosen Version von JetGPT natürlich nicht nutzen kannst. Wenn du jetzt die Plus-Version hast von JetGPT, hast du bezüglich der Textgenerierung natürlich keinen direkten Qualitätsvorteil mit Voiler. Aber ich habe immer noch den Vorteil, dass ich nicht ein Fenster wechseln muss, dass ich jetzt nicht irgendwie extra wieder JetGPT öffnen muss. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich wäre jetzt in Gmail und würde eine E-Mail beantworten, dann kann ich die geschriebene E-Mail einfach kopieren. Dann hat er schon den Kontext. Dann klicke ich auf meinen Shortcut und dann sage ich, schreibe mir eine nette Antwort und sage, dass der Termin an den und den Tag passt. Und dann schreibt er mir die Antwort und ein Klick und dann ist das verschickt. Und dann, wenn ich das mit JetGPT machen lassen würde, müsste ich wieder das nächste Fenster aufmachen, JetGPT öffnen. Vielleicht muss ich mich einloggen. Dann muss ich ihm die E-Mail rüber kopieren. Dann muss ich sagen, schreib mir eine Antwort. Und das dauert eben zehnmal länger. Und diesen KI-Assistenten, den kann ich einfach immer nutzen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich schreibe irgendwas auch zum Beispiel stichwortartig oder ich schreibe irgendwas, zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach, ich weiß nicht, warum ich jetzt bei Kattab bleibe, aber ich kann jetzt sagen, Kattab ist ein KI-Textgenerator. Ich mache ein paar Rechtschreibfehler mit GPT-4, mit Live-Daten aus dem Internet. Internet, sehr gut, Alternative. Ich schreibe jetzt absichtlich mit Fehlern zu Jasper, zu Neuroflash, etc. Und sehr günstig. So, jetzt habe ich völlig einen Blödsinn geschrieben. Aber jetzt kann ich diesen Blödsinn markieren und kann sagen, ja, Fixed Grammar and Spelling und dann macht er mir da einen schönen Text draus. Oder ich kann ihm auch eine freie Eingabe machen und könnte jetzt zum Beispiel sagen, formuliere mir die Infos zu einem schönen Text aus und erweitere den Text. Zack, und dann generierte mir das. Ja, ist jetzt hier ein bisschen langsamer, weil ich auf GPT-4 gestellt habe, aber das ist auch in der Plus-Version von JetGPT, wenn du GPT-4 nutzt, ist es halt langsamer. Ja, und schon aus diesen paar blöden Stichwörtern, die ich da gemacht habe, generierte mir jetzt schon einen Text. Und wie ich schon gezeigt habe, kann Tabellen erstellen. Ich kann aber auch sagen, generiere mir, ja, jetzt hat er mal das gemacht und ich kann jetzt da auch weiterschreiben. Wie gesagt, ich könnte sowieso generell auch parallel arbeiten. Ich kann hier arbeiten, ich kann mir hier was kopieren, kann dann hier wieder weiterarbeiten. Das ist ziemlich praktisch. Jetzt kann ich aber hier noch replizieren darauf. Dann kann ich sagen, bitte füge mir H3-Zwischenüberschriften im Markdown-Format in den Text ein. So, und dann würde er den Text jetzt nochmal schreiben, mit formatierten Überschriften. Und wenn ich die dann nehme und kopiere und hier einfüge, dann ist das eben auch schon in Überschriften formatiert und so weiter. Also das können wir jetzt auch gleich testen. Ich breche das jetzt mal nur ab, dass er nicht weiterschreibt. Und wenn ich das jetzt hier kopiere und ich wechsle dann zum Beispiel in WordPress, weil da brauche ich es ja vor allem mit den Formatierungen. Ich füge das da ein, dann sieht man, dass er hier diese Überschriften gemacht hat. Also ich habe ihm gesagt H3 und er hat H3 gemacht. Ich hätte auch sagen können H2 und so weiter. Und das ist halt ziemlich genial. Und ich könnte da was schreiben, dann könnte ich eben sagen, ja wie gesagt, dann starte ich jetzt das. Und das Coole ist auch, du kannst es über einen Shortcut starten, aber du kannst auch mit der rechten Maustaste klicken. Das ist halt jetzt in Windows. Ich weiß nicht, wie es dann auf Mac ist. Und dann steht hier Voiler. Und dann könnte ich sagen, Send to Voiler, Improve, Fix Grammar, Mac Longer, Make Shorter, Summarize, Translate. Translate ist auch, das ist natürlich, wenn du jetzt eine mehrsprachige Webseite hast oder sonst irgendwas, du musst einen Text übersetzen. Rechte Maustaste, Voiler. Ich klicke jetzt einfach Send to Voiler und dann sage ich ihm, ja bitte auf Chinesisch. Und dann würde er mir das auf Chinesisch übersetzen. Braucht man ja so oft Chinesisch. Also es ist wirklich ein praktischer Assistent. Und Karte Voiler ist nicht kostenlos. Du kannst es aber kostenlos ausprobieren. Es gibt da eben, wie gesagt, diese Chrome Extension, die kannst du hinzufügen. Dann kannst du es kostenlos ausprobieren. Aber derzeit gibt es einen Lifetime-Deal von Voiler auf AppSumo. Und diesen Deal verlinke ich dir unter dem Video. Er ist eigentlich recht günstig mit 29 Dollar. Allerdings ist Tier 2 deutlich teurer mit 119 Dollar. Warum ich trotzdem unbedingt Tier 2 nehmen würde, ist einfach, du hast in Tier 2, also bei diesem Deal um 119 Dollar, wenn du den Lifetime kaufst. Erst dann hast du die Möglichkeit, dass du GPT-4 gezielt auswählen kannst. Wenn du den kleineren Deal nimmst um nur 29 Dollar, ist auch super. Aber dann hast du eben nur Auto-EI-Model. Das heißt, er schaltet automatisch zwischen GPT-3.5 und GPT-4 um. Ich möchte aber oft mal, vor allem bei Content-Verbesserungen, wenn er mir ein Content vorschreiben soll, wenn ich eine Schreibblockade habe, dann möchte ich eigentlich sehr gerne direkt GPT-4 auswählen. Und das kannst du eben nur in Leistung Tier 2. Das sind 119 Dollar. Ich kann dir echt sagen, das lohnt sich. Und warum lohnt es sich vor allem? Weil du hast GPT-4 auch Lifetime und unlimitiert. Es gibt eine Fair-Use-Policy, das sind 500.000 Token für GPT-4. Ein Token ist 0,75 Wörter. Das sind ungefähr 300.000 Wörter, die du pro Monat rein mit GPT-4 generieren kannst. Und GPT-3.5 sowieso ohne Fair-Use-Policy absolut unlimitiert. Also das ist definitiv, Voiler war eine extrem geile Investition. Und das, obwohl ich selber ja auch die JetGPT-Plus-Version nutze. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir gerne in der Videobeschreibung. Also ich nutze ja JetGPT-Plus sogar mit Internetzugriff, mit Plugins. Das ist natürlich viel mächtiger als so eine Browser-Erweiterung. Aber Voiler habe ich halt immer auf dem Fingertipp. Ich kann das immer nutzen, egal wo ich gerade bin. Ob ich jetzt im Browser ein E-Mail schreibe, ob ich im Browser ein Angebot schreibe für meine Firma und mir dann den Content verbessern lassen möchte oder das nur stichwortartig schreibe und Voiler soll es mir ausschreiben, muss ich nicht auf JetGPT wechseln. Ich muss das Ventsend wechseln. Markieren, starten, mir das schreiben lassen, fertig. Du kannst es nutzen in Facebook. Ich kann es nutzen, um mir eine YouTube-Videobeschreibung zu verbessern und so weiter. Für alles das kann ich es nutzen und deswegen richtig geniale Funktionen. Voiler hat auch noch ein paar andere coole Dinge. Wenn ich hier auf Preferences gehe, da kannst du halt ein paar Dinge einstellen. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Dark Mode, ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Aber Actions, was ist Actions? Create Custom Actions. Da kannst du dir deine eigenen Prompts und Aktionen sozusagen abspeichern. Das heißt, wenn es Aktionen gibt, die du immer wieder nutzt, kannst du dir diesen Prompt vorspeichern lassen, kannst diesen Prompt dann auch als Favorit eingeben und dann hast du den sofort immer, wenn du dann Voiler aufrufst, weil ich habe mir den Summarizer, das war zwar ein Prompt, also eine Funktion, die integriert ist, den habe ich mir abgespeichert, aber ich kann mir auch eine My Actions zum Beispiel, Create New Action, wie gesagt, dann komme ich wieder in dieses Fenster und da kann ich schon einen Prompt vorplanen, vergebe den Prompt einen Namen und dann kann ich den auch immer aufrufen. Also so kannst du das weiter anpassen und das Letzte, bevor ich das Video beende, wie gesagt, Link zu Voiler ist unter dem Video, was ich noch zeigen wollte, ist die Roadmap und zwar Allow Continuum Conversion from History, das ist jetzt auch schon möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, nee, das ist jetzt noch nicht möglich, aber ich kann auf die History zugreifen, zum Beispiel, wenn ich hier jetzt draufklicke, dann könnte ich auf Chat History gehen und dann sieht man die Chats, die ich gehabt habe, aber das Problem ist, ich kann hier nicht weiter chatten und das ist jetzt eine Funktion, die wird in den nächsten Tagen gelauncht. Dann weitere AI-Assistenten, also es sind schon einige eingebaut, die werden erweitert und in Planung sind dann noch, ja, dass das Coding, du kannst natürlich auch Code schreiben, Code erzeugen, dass das verbessert wird, ja, eine Standalone-Chat-Funktion soll es geben und einen speziellen Writing-Mode, einen YouTube-Video-Summarizer. Also es sind ein paar coole Sachen hier in Planung und vor allem ist es eines der wenigen Tools, die ich halt kenne, wo du halt GPT-4 mit Lifetime kaufen kannst. Ja, das war es jetzt eigentlich zu Voila, wie gesagt, ich verlinke dir auch meinen Testbericht, den aktualisiere ich auch immer, also wenn es da neue Informationen gibt, dann findest du die auch in meinem Testbericht, Link zum Testbericht und Link zum Lifetime-Deal von Voila, den es aber nicht mehr allzu lange geben wird, alles ja in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast, ich würde mich wie immer über einen Kommentar freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschau!